Einer weniger. Drei weniger. Ihr wisst, wohin das führt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um die ersten Fernangriffs-Kommandanten, die es in Rise of Kingdoms gibt. Und zwar sind das die Ciroli-Bosse Wafura und Torgni. Ja, sie sind schon ein kleines Weichen bei uns im Spiel drin. Ich mache jetzt mal ein spezielles Video zu den beiden und erkläre euch, wie das mit dem Fernkampf und so weiter funktioniert, damit ihr das auch ein bisschen versteht und dann auch in der Zukunft was in etwa auf uns zukommen wird. Zunächst einmal seht ihr hier einen ganz neuen Teil eines Skill-Baums und zwar Ingenieurwissenschaften. Diesen hat Wafura sowie auch Torgni. Außerdem haben beide hier als zweiten den Vielseitigkeitsbaum, der einer der unwichtigsten Bäume überhaupt hier in Rise of Kingdoms ist. Bei Wafura haben wir hier noch als dritten Skill-Baum den Angriffsbaum und bei Torgni den Verteidigungsbaum. Bevor ich aber auf die Skill-Baume selber eingehe, möchte ich einmal ganz kurz mit euch über die Fähigkeiten der Kommandanten drüber gehen. Und zwar fangen wir mal mit Torgni an. Bei der aktiven Fähigkeit haben wir hier erhöht den verursachten normalen Fernangriffsschaden 5 Sekunden lang um 30% kann nur in einem Fallturm eingesetzt werden. Das heißt, sobald er ein Fallturm ist, macht er, also sobald die aktive Fähigkeit dann aktiv ist, macht er 5 Sekunden lang 30% normalen Fernangriffsschaden. Normaler Fernangriffsschaden, das ist der Schaden, der dann pro Sekunde gemacht wird. Die zweite Fähigkeit, das ist eine passive Fähigkeit, erhöht den Angriff von Torgni's Belagerungseinheiten um 20% und ihre Verteidigung um 20%. Alle Truppen unter Torgni's Kommando verursachen um 20% erhöhten normalen Fernangriffsschaden, weil es die aktive Fähigkeit dazu nimmt. Dann sind das, sobald die aktive Fähigkeit am aktivsten sind, sind das ja sogar 50%. Wenn wir jetzt zur dritten gehen, haben wir hier einen Fähigkeitsschaden. In einem Fallturm erleiden Truppen 5% weniger normalen Angriffsschaden. Wenn sie einen normalen Angriff erleiden, haben sie eine Chance von 10% ihrem Ziel Fähigkeitsschaden, Schadensfaktor 1.000 zuzufügen. Dieser Effekt kann einmal alle 5 Sekunden ausgelöst werden. Ja, das ist jetzt nicht wirklich viel. Wir haben viele, viele Kommandanten, sogar episch Kommandanten, die da mehr Fähigkeitsschaden machen. Und dann gehen wir auf die vierte Fähigkeit. Erhöht die Gesundheit von Torgni's Belagerungseinheiten um 20%. Wenn sie einen normalen Angriff erleiden, haben sie eine Chance von 10% ihrer Verteidigung für 3 Sekunden um 30% zu erhöhen. Dieser Effekt kann alle 5 Sekunden ausgelöst werden. Also einen guten Verteidigungs- und Gesundheitsbonus hat er auf jeden Fall. Und dann kommen wir noch zur Expertise. Verringert im Fallturm-Modus den Anteil der schwerverletzten Einheiten um 25%, erhöht gleichzeitig den verursachten Gegenangriffsschaden um 100% und den verursachten Fernkampffähigkeitsschaden um 75%. Das heißt, wir haben einmal den normalen Fernangriffsschaden. Das heißt, der steht da jetzt herum, schießt auf ein Ziel, das ist dann und das Ziel bekommt dann pro Sekunde halt Schaden. So und dann haben wir halt noch mal den Fähigkeitsschaden, wie bei normalen Kommandanten ebenfalls. Der hier bei Torgni bei einer passiven Fähigkeit, also das kann jederzeit kann das kommen, aber dann halt alle 5 Sekunden. Und das ist halt der Fähigkeitsschaden. Fernkampffähigkeitsschaden. So rum. Das heißt, zu diesen 1.000 kommen nochmal 75% zu. Das sind dann, ja, 175, 1.750 Fähigkeitsschaden. Ist, wenn wir das uns gleich mal bei Verfuhrer angucken, immer noch weniger als bei Verfuhrer. Einen um 100% erhöhten, äh, Fernangriffsschaden, äh, Gegenangriffsschaden, einen um 100% erhöhten. Das ist natürlich schon ziemlich nice. Ähm, diese Kommandant ist allerdings halt auf dem Feld 0 zu gebrauchen. Den kannst du halt nur als, äh, Pfeilturm benutzen. So. Bei der aktiven Fähigkeit von Verfuhrer ist es so, er macht mit der aktiven Fähigkeit direkt Fähigkeitsschaden. ähm, Fernfähigkeitsschaden. Und zwar 2.000. Fügt dem aktuellen Ziel Fernfähigkeitsschaden zu. Schadensfaktor 2.000. Durch diesen Schaden können Einheiten nur leicht verletzt werden. Ähm, äh, kann nur im Fallturm eingesetzt werden. Das ist bei Verfuhrer und bei Torgny, äh, tatsächlich normal. Sie machen keinen, ähm, keine Schwerverletzten, sondern nur leicht verletzte Einheiten. Das heißt, man muss die nicht heilen, wenn man von denen getroffen wird. Allerdings dadurch, dass man halt weniger Truppen auf dem Feld hat, bekommt man von den Open Field Truppen, also die Truppen, wo ihr auf dem Feld kämpft, mehr Schaden, weil ihr halt deutlich weniger Truppen habt, wie der Gegner. Na, je mehr Truppen ihr habt, je mehr Schaden macht ihr. Na, also, sie sind quasi ein Bonus, ähm, auf dem Feld, der aber euch nicht großartig schadet, abgesehen davon, dass ihr halt Truppen verliert, die nicht ins Krankenhaus gehen. Zweite Fähigkeit. Erhöht den Angriff, äh, Angriff von Verfuhrers Belagerungseinheiten um 20 Prozent und ihr Marschtempo um 30 Prozent. Alle Truppen unter Verfuhrers Kommando verursachen um 20 Prozent erhöhten normalen Angriff, äh, Fernangriffsschaden. Dritte Fähigkeit. Erhöht den von Verfuhrers Truppen verursachten Gegenangriffsschaden um 30 Prozent. Es besteht eine Chance von 10 Prozent. Bei Erleiten eines normalen Angriffs, den normalen Angriffsschaden, äh, um 30 Prozent zu erhöhen. Dieser Effekt kann alle fünf Sekunden ausgelöst werden. So, packt man ihn zusammen mit Torgny, hat man hier schon einen Gegenangriffsschaden von 130 Prozent. Erhöht die Verteidigung von Verfuhrers Belagerungseinheiten um 20 Prozent. Bei der vierten Fähigkeit, ähm, es besteht eine Chance von 10 Prozent. Beim Starten eines normalen Fernangriffs, dem Ziel, äh, den Angriff des Ziels, den Angriff des Ziels um 30 Prozent zu verringern. Dieser Effekt kann einmal alle fünf Sekunden ausgelöst werden. Das heißt, wenn Verfuhrer ein Ziel trifft, kann es dem Ziel, also vom Ziel, den Angriff um 30 Prozent verringern. Dann kommen wir noch zur aktiven Fähigkeit. Verringert den Anteil von schwerverletzten Einheiten in einem Fallturm um 25 Prozent. Warum steht das da? Ähm, natürlich, wenn ihr einen Fallturm habt und es kommt ein Open-Field-Trupp auf euch zu und klatscht eurem Fallturm weg. Dann bekommt ihr schwerverletzte Einheiten und durch diese Expertise, ähm, und, ähm, wir hatten das ja eben auch schon mal bei Togni, ähm, wird dieser, dieser Schaden, den ihr bekommt, halt verringert. Wie ihr bei jeder einzelnen Fähigkeit sehen könnt, ist das die Fähigkeit, wenn diese auf fünf ist. Man muss dazu sagen, dass wir hier aktuell in der, ähm, ja, in der, in der, in der, in der, in der Testphase, mir fiel das Wort nicht ein, also, ähm, das ist quasi eine Pionierphase, Pionier-KvK, wo solche Sachen erst nochmal getestet werden, groß, äh, grundsätzlich. Schauen wir uns auch einmal direkt die Talentbäume an, ähm, den Angriffsskillbaum und den Verteidigungsskillbaum, den kennen wir ja grundsätzlich schon mal. Wir haben hier, ähm, im Kampf erhöht sich alle zehn Sekunden jeglicher verursachter Schaden um 2,5 Prozent. Maximal um zehn Prozent, ähm, wird der Erhalt erhöht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, aber ich denke, dass das, äh, damit zu tun hat, dass, äh, das auch bei Fernangriffsschaden dazu zählen sollte, weil, äh, ne, jeglicher verursachter Schaden sollte alles beinhalten. Hier bin ich nochmal auf verringert jeglichen erlittenen Schaden um 1,5 Prozent, ähm, gegangen und denke, mehr muss man hier auch nicht unbedingt machen, zumal die Punkte hier oben deutlich wichtiger sind. Und die können wir uns jetzt einmal im Einzelnen angucken. Diesen Skillbaum hat ja genauso auch, äh, Torgny, von daher ist das identisch. Aber ich zeige euch gleich auch einmal den Skillbaum von, äh, Torgny. Als erstes haben wir hier, ähm, eine Erhöhung des Marschtempo-Bonus, äh, für Belagerungseinheiten. Dann die Gesundheit. Hier den Angriff von Belagerungseinheiten und hier die Verteidigung. Und dann kommen wir zu den größeren Teilen. Und zwar haben wir hier einmal eine Truppenkapazität von 3 Prozent erhöht. Hier auf der Seite haben wir eine, äh, nochmal einen Gesundheitsbonus für Belagerungseinheiten um 6 Prozent. Hier, ähm, erhöht den normalen Fernangriff Schaden um 3 Prozent. Hier erhöht die Verteidigung um 9 Prozent, wenn die Anzahl der, äh, Anzahl einer Truppe 50 Prozent ihrer Einheiten, äh, bei Entsendung erreicht hat. Also wenn ihr Truppen raussendet, die mehr als 50 Prozent der Kapazität sind quasi, dann, ähm, mal habt ihr, äh, 9 Prozent mehr Verteidigung. Dann gehen wir mal hier außen nochmal auf, äh, haben wir nochmal Gesundheitsbonus, äh, von, für Belagerungseinheiten von 1 Prozent. Und hier ganz außen ein, äh, um 15 Prozent erhöhtes, äh, Marschtempo. Hier auf der Seite haben wir ebenfalls nochmal einen Gesundheitsbonus. Und hier ganz außen erhöht den an Fallturm verursachten, äh, Schaden um 9 Prozent. Also wenn ihr gegen Falltürme, äh, kämpft. Ne, dann gehen wir mal hier auf den Außen weiter. Erhöht den Angriff von, äh, Belagerungseinheiten um 2 Prozent. Da drüber die Verteidigung. Marschtempo hier auf der Seite. Und der Angriff nochmal. Dann haben wir hier, ähm, vor der, vor dem oberen Kreuz, äh, Kreuzdreieck, ähm, haben wir nochmal Verteidigungs, äh, Bonus für Belagerungseinheiten. Und jetzt kommen wir zu den drei oberen, die sehr stark sind eigentlich. Erhöht den verursachten Gegenangriffsschaden um 20 Prozent. Wir erinnern uns, äh, erinnern uns, dass wir an, ähm, Gegenangriffsschaden von beiden, von, ich glaube, jetzt waren es insgesamt 130 Prozent. Ähm, sind wir jetzt hier schon bei, äh, insgesamt 150 Prozent Gegenangriffsschaden. Das ist schon ziemlich stark. Äh, verringert den erlittenen Fähigkeitsschaden um 20 Prozent. Natürlich auch gut. Und die, ähm, Spitze Nachsicht erhöht im Kampf, äh, ab Kampfbeginn alle fünf Sekunden den Schaden des nächsten normalen Fernangriffs. Ja, gehen wir weg da. Um 50 Prozent. Also alle fünf Sekunden, äh, alle fünf Sekunden wird hier der normale Angriffsschaden, den ihr pro Sekunde macht, um 50 Prozent erhöht. Das ist natürlich schon richtig, richtig heftig. Geh länger ihr durchhaltet, je mehr Schaden macht ihr. Leicht Verletzten, äh, Schaden natürlich, nicht, äh, nicht, ähm, äh, nicht Schwerverletzten. Und, äh, Schaden. So, gucken wir jetzt nochmal ganz kurz bei Torgny rein. Hier habe ich ebenfalls den Skillbaum oben komplett hier gemacht. Das Einzige, was man vielleicht rausnehmen könnte, ist halt das Marschtempo. Ähm, allerdings, wenn euer Fallturm angegriffen wird, dann solltet ihr gucken, dass ihr so schnell wie möglich, ähm, abbaut. Weil der Schaden, den ihr bekommt, der ist schon ziemlich, ziemlich stark. Hier haben wir dann dazu einmal, ähm, verringert den erlittenen Fähigkeitsschaden halt um neun Prozent. Hier auch nochmal erhöht den verursachten Gegenangriffsschaden um 1,5 Prozent. Und verringert den erlittenen Schaden um 1,5 Prozent. Hier haben wir nochmal Gesundheitsbonus mitgenommen. Und hier kriegen wir nochmal Verteidigung dazu. Ähm, und hier nochmal ein bisschen Wut. Man sollte in dem Zuge aber, damit man halt relativ häufig und schnell halt Fähigkeitsschaden raushaut, sollte man hier schon Wafura auf, ähm, 1 spielen und Torgny auf 2. Man kann allerdings auch beide Kommandanten, ähm, separat spielen, also nebeneinander. Ähm, wenn man sich die beiden Werte aber jetzt mal anguckt, dann passen die einfach perfekt zusammen. Ne, falls ihr jetzt mal angegriffen werdet, also ihr macht den meisten Schaden damit. Ähm, und ihr kassiert den wenigsten Schaden, wenn ihr angegriffen werdet. Ihr seht aber vielleicht hier auch schon etwas. Normalerweise sollte hier die, ähm, Ausrüstung des Kommandanten stehen. Die gibt es bei diesen Kommandanten noch nicht. Da wird dabei wahrscheinlich Lilith dann bei den kommenden Kommandanten, die ja in der Zukunft kommen, ähm, auch Ausrüstung für bereitstellen, ähm, die man dann nutzen kann. Und jetzt zeige ich euch einmal, wie man so einen, äh, Pfeilturm baut und was man dabei beachten sollte. Ihr solltet immer gucken, auf jeden Fall, dass der Pfeilturm so, ähm, nah wie möglich bei eurer Stadt steht. Oder bei einer Flagge oder ähnliches, so, dass, äh, falls euch jemand angreift, ihr schnell, ähm, ja, in Deckung gehen könnt. So kann man es, glaube ich, am besten ausdrücken. So, marschieren. Dann machen wir jetzt eine Truppe aus. Und ich nehme jetzt hier Wafura. Und als zweiten Kommandanten werde ich jetzt hier auch einmal Torgny nehmen. Und dann können wir, also, man sieht es ja alleine an den, äh, an den Talentbäumen. Und man sieht das an den Fähigkeiten. Das meiste, was er an Schaden macht, etc., macht er halt mit Belagerungseinheiten. Ähm, Allerdings kann man auch nur mit Belagerungseinheiten diesen Kommandanten rausschicken. Deswegen werde ich das jetzt einmal hier so machen. Sieht ziemlich mager aus, ne? Aber, ja, so ist das im KVK-Nummer. Ähm, dann haben wir hier oben, das wird für manche auch neu sein, ein Symbol. Da gehen wir jetzt einmal drauf. Und wir haben hier verschiedene Taktiken. Dazu hatte ich schon mal ein Video gemacht, ähm, zu den Taktiken. Und wir haben hier einmal Fernkampftaktik. Und die müssen wir auswählen. Ansonsten können wir gar keinen Fallturm bauen. So. Soweit habe ich jetzt erstmal alles fertig. Wir haben Belagerungseinheiten dabei. Wir haben Fernkampftaktik ausgewählt. Und wir haben Kommandanten für diesen Fernkampf ausgewählt. Und jetzt schicken wir diese Kommandanten raus. So. Hier sehen wir ihn einmal. Und wir haben jetzt hier einmal so einen Turm, was das auch immer darstellen sollte. Und dort müssen wir drauf gehen. Jetzt zeigt er mir hier, wenn ich den Turm jetzt hier aufstellen würde, dann hätte ich diesen Umkreis, wo ich einen Turm bauen könnte. Das kann ich jetzt hier überall machen. Wir haben natürlich auch hier wieder die gestrichelte Linie. Da können wir natürlich keinen hinbauen. Aber ich stelle jetzt einfach mal einen Turm direkt hier hin. Gehe dann hier auf Bauen. Jetzt läuft mal auf meine Truppen dorthin. Und dann hat man einen Countdown von 10 Sekunden, bis dieser Turm gebaut ist. Also es dauert auch immer einen kleinen Augenblick, bis überhaupt dieser Turm gebaut ist. Der ist nicht sofort stehend. So, jetzt steht er. Jetzt kann ich hier auf den Turm tippen und kann rein theoretisch Barbaren angreifen. Das geht jetzt auch durch zwei verschiedene, zwei oder drei, es geht durch mehrere verschiedene Sachen. Ihr könnt natürlich jetzt gucken, dass ihr hier die so auswählt. Ihr könnt aber auch auf den Barbar drauf gehen und dann hier Verfuhre auswählen und dann auf Angriff gehen. Und mehr Möglichkeiten habt ihr, glaube ich, schon gar nicht mehr. Okay. So, und jetzt greife ich mal ihn an und dann seht ihr hier, wie ich den Barbar beschieße. Jetzt ist er wieder im Radius drin und jetzt schießt er irgendwie nicht mehr. Er hat aufgehört. Okay. Schieße mal auf ihn. So, und natürlich greift mich der Barbar jetzt auch an. Und hier ist aber zum Beispiel einmal gesehen, dass ich jetzt den Fähigkeitsschaden rausgehauen hatte. Na, dadurch hat der Barbar jetzt mehr, da wird es wieder Schaden bekommen. Aber wir sehen das jetzt auch hier pro Sekunde. Na, macht er 1900, 1600, 1600, 1500, 1700. 3000. Na, macht er jetzt halt die ganze Zeit Schaden. So, und das passiert ja genauso halt auch gegen reale Gegner. So, der Barbar ist jetzt tot. Hat eine halbe Ewigkeit gedauert. Und, ja, das Thema ist durch. Jetzt können wir natürlich gucken, dass wir, ne, wenn wir jetzt wieder zurück wollen, wir können jetzt hier auf unsere Stadt ziehen. Funktioniert nicht. Na, man kann diese Truppen nicht verschieben, während man jetzt im Fallturm-Modus ist. So, dafür muss man den Fallturm erstmal wieder zurück machen. Und dafür geht man dann auf dieses Symbol hier. Und dann baut er sich zurück. Hier haben wir ebenfalls einen Countdown von 5 Sekunden. Und jetzt können wir den auch wieder bewegen. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man sagt, man nimmt zwei Falltürme. Das geht auch. Na, als Beispiel schicke ich jetzt Torgny raus mit Budika. Hier darf man natürlich dran denken, die Fernangriff-Taktik anzuwenden. Dann habe ich hier einmal Torgny mit. Ja, Mist. Jetzt habe ich genug, nicht so viele Truppen raus. Aber das funktioniert rein theoretisch auch. Dann kann man natürlich auch zwei Stück bauen. Zwei von diesen Falltürmen. Den Schaden, den man allerdings macht, ist natürlich deutlich geringer, weil man halt den Schaden von dem anderen Kommandanten, der Fernangriff-Schaden macht, nicht mit dabei hat. So, dann kann man hier natürlich auch gucken, dass man das Ziel dann beschießt. So sieht das dann häufig auch mal gerne bei Passöffnungen aus. Hier bei unserer Level-7-Passöffnung zum Beispiel. So kann man natürlich dann auch Rallys relativ gut zerstören, sage ich jetzt mal. Hier sehen wir sie auch einmal in Action, die Falltürme, dann in einem Kampf. Und so funktionieren dann diese Falltürme. Lilith hat die Fernkampftaktik oder beziehungsweise diesen Fernkampf für Ende diesen Jahres angekündigt. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Es sollen auch Kommandanten kommen, die extra für Fernkampfer da sind. Und das soll halt nicht nur auf das KVK-Power-Up ausgeweitet werden, sondern halt auf das ganze Spiel. Und die Fernkampf-Kommandanten sollen dann halt auch einen neuen Part abbilden. Also es wird dann Kavalerie, Infanterie, Rogenschützen, Führungskommandanten und Fernkampftaktik geben. Oder beziehungsweise als neue Truppenart dann wahrscheinlich Fernkampf Kommandanten. Soweit. In einem anderen Spiel von Lilith, was von den gleichen Herstellern halt eben ist, gibt es diesen Fernkampf-Schaden schon. Der ist auch schon ein bisschen ausgefeilter dort bei Call of Dragons. Dann sehen wir hier zum Beispiel, dass man hier gar kein Falltor macht, sondern dass die direkt auf einen, auf den Gegner schießen können. und da kann man dann auch einfach so mal eben weglaufen. Also vom Feind beispielsweise weglaufen oder ähnliches und aus der Ferne halt den Gegner beschießen. Ich bin auf dieses neue Feature sehr gespannt. Wie gesagt, das soll am Ende diesen Jahres kommen und dann soll es auch in der Zukunft halt Kommandanten geben, die auf Fernkampf fokussiert sind. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren da lassen. Und ansonsten ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.